So, wir sind Tabellenplatz Nummer 8 geworden, also eigentlich eine solide Leistung. So, ich simuliere mal, trinke einen Schluck, ich habe jetzt viel gebabbelt und das muss mal. So, ein Jungspieler will weg. So, ich habe gerade erfahren, dass Rene seinen Vertrag auflösen will, okay. Figuerra, muss ich mal gucken, welcher das ist, aktuell ist aus England. Gucken wir da nochmal durch, vielleicht ist da was Spezielles drin. Also, Innenverteidiger wäre halt Bombe, wenn wir da einen finden, wo wir sagen, ja. So, Bitten zu beobachten. So, einfach mal gucken. So, was wahnsinnig junges. Ja, passt dann schon. So, aktuelles Ausstehen, US und 21. Naja, nicht so gut. Der ist eigentlich geil. Antritt, Aggressivität, 78. Ah, keine Ahnung. So, Nachrichten von Spielern. Okay, Coach, ich habe lange nachgedacht und entschieden, dass ich den Verein verlassen muss. Also, setzen Sie mich auf die Transferliste. Ach, wirklich? Ja, okay. Muss Tom Schütz einfach auf die Saison. Alles, was ich gerade eben gesagt habe, Ja, ist einfach mal dahin. So, auf die Transferliste setzen. So, ist einfach mal so. So, dem läuft jeder Vertrag aus. Görlitz, auslaufender Vertrag. Jopek und Dabari. Also, wie wir uns eigentlich behalten wollen, ist eigentlich alles gut. So, gut. Wir dürfen trainieren. Jetzt heute wieder mal von hinten herein. Lämti, der neue Torwart. Der natürlich auf kurz oder lang unseren Dritten ersetzen soll. Azevedo kriegt auch mal wieder ein Training. Kriegt da was schweres. Dann sind wir im Innenverteidigerbereich. Kunkinkayo. Oder wie er heißt. Kriegt was schweres. El Rondo. Oh, Innenverteidiger haben wir einen Mittelfeldspieler. Wieso willst du eigentlich weg? Dir muss ich... Du bist der, der weg will. So, alle simulieren erstmal. Es ist ein bisschen kacke. A und B sogar. Also, wow. Was ist denn mit euch los? Kaum Saisonpause ist es schon trainiert, wie wir die bilden. Ja, der Wahnsinn. Ja. Da muss ich mal in den Jugendstab gucken. So, auf jeden Fall muss ich ein bisschen was berufen hier. So, Jugendstab. Oh. Nope. Da wollte ich nicht hin. Fußballschule. Da wollte ich hin. So, eigentlich ein Champong. Rechtes Mittelfeld. Der will ja auch noch Bombe. So, Lämti, der Torwart. Der braucht noch ein bisschen. Meffert. Der will ja nicht. Andrende. ZM. Ich habe auch ein ZDM. Eigentlich könnte ich ihn berufen. Schon mal in die Erste. Ich biete ihm mal einen Vertrag an. So, einfach mal anbieten. Ist eh der, der gehen will. Aber ich hatte doch auch einen. Ah, er ist Innenverteidiger. Okay. Da muss ich noch ein bisschen warten. Bis der zumindest schon mal 16 ist. Aber der hat echt rosige Zeiten, so wie es aussieht. Vorsicht. So, okay. Dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir dem mal den Vertrag angeboten. So, wir simulieren mal weiter. Wir haben drei Nachrichten. Das ist ja schon mal schön. Ich stoppe mal wieder. So. So, aktuell ist aus England. Gucken wir mal durch. Scout-Bericht anzeigen. Oh, der ist 19. Aber der kann nichts. Bitte zu beobachten. Also, mehr... Er wird ja beobachtet. Das ist ja schon mal schön. Ist eigentlich auch gut. Der ist 20. Komm. Einmal beobachten, bitte. Ah, nicht ganz so. Vor allem bei Zweikämpfe ist dann natürlich auch so eine Sache. So, bitte zu beobachten. Dann bomben wir die hier jetzt mal zu. Monatlicher Scout-Update. Vielleicht ist ja was Neues dabei. Ich muss ein paar raushauen. So sieht's aus. Fuck off. Äh. Äh. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Ja, komm. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Lass ich mal. Na ja. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Ablehnen auf jeden Fall. So, ablehnen. Eine 83 könnte der werden. Ich lehne aber trotzdem mal dankend ab. So. Okay. Dann haben wir das durch. Monatlicher Scouting-Update. Da ist auch alles voll. Da ist einer mit einem Monat. Okay, auch nicht so. Bombe. So. Die 6 Monats, Leute. Die lehne ich gleich mal ab. Äh. 5 Monate auch. Dass die Liste ein bisschen kleiner wird. Dann geht auch das ein bisschen schneller. Wenn ich dann wieder durchgucke. Ja, der ist noch total unentschieden, wo der hinkommt. So, ablehnen. Und wo gehst du hin? Äh, ablehnen. So. Wenn dann suchen wir uns die Crème de la Crème raus. Er hat den Vertrag akzeptiert. Das höre ich gern. So. Was haben wir hier? Abschlussbericht. Oder was hat das Aktuelles aus? Was? Äh. Aktuelles aus Irland. Ah, okay. Ich will hier eigentlich gute Werte sehen. Aber irgendwie. Mäh. Bin ich gerade mal ein bisschen mad. Weil ich irgendwie nicht das kriege, was ich gerne hätte. Naja. Aber die Besten der Besten, die findet man nicht so einfach. So. Jetzt dürfen wir erstmal wieder Spielerentwicklung machen. So. Diesmal von vornherein. Gutes wird gefördert. So. Was braucht der eigentlich für eine Förderung? Übersicht und. So. Wie wär's denn mal mit Übersicht? Timing von Pässen. Steilpässe kriegt er. So. Perfekt. So. Flügelspieler. Da haben wir jetzt ein paar. Meffat will ja nicht mehr. Der hat auch nicht mehr das Potenzial für. So. Dann. Ihn hier. Maidat. Ha. Maidat. So. Durchsetzen. So. Afnenu. Kriegt auch mal durchsetzen. Alles so nacheinander. Ah. Champon. Ah. Champon. Kriegt ein Tempo-Dribbling. Kriegt auch Ausdauer dadurch. Ist sehr effektiv. So. Figurera. Kriegt auch nochmal. Den muss ich da schon ein bisschen pushen jetzt. Jetzt wo er in der ersten Mannschaft ist. Weil man dort einfach mal brauchen. Sauber. Ihr macht mich heute richtig glücklich im Training. Kein F bis jetzt. Ich bin echt stolz auf euch. Also Leute. Respekt. Also ab und zu muss man ja auch mal Lob verteilen an die Jugend. Auslaufende Spielerverträge. Das interessiert mich nicht. Das haben wir schon geguckt. Das ist alles noch im grünen Bereich. So. Monatlicher Bericht der Jugendmannschaften. Ja. Aschampon. Der wird ja auch Bombe. So. Der braucht aber dann Spielzeit. 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 Und die kann ich ihm momentan noch nicht gewährleisten. Deswegen warte ich da noch ein bisschen. Der ist auf jeden Fall technisch begabt. Das finde ich super. Ah. 59. 51. 54. Alles im grünen. Abgegrast. Irland ist auch schon wieder abgegrast. Das ging aber schnell Junge. Wer ist denn das fertig gebracht? Ist halt ein kleines Land ne? So. Gucken wir mal bei den Spaniern. Komm. Vielleicht findet man bei den Spaniern wieder mal so ein Ausnahmetalent. So. So. Stoppen. Ich will hier. Aktuell ist aus England. Gucken wir mal wieder. So. Young. Der Name ist vielversprechend. Ich werde ihn mal beobachten. So. Ihn hier werde ich nicht beobachten. Du hier. Ui. Du bist ja auch beobachtungswert. Du nicht. So. Ein paar habe ich noch. Du auch nicht so geil. Hm. Bis 22. Also. Auf jeden Fall. Mal eine Beobachtung wert. Gefällt mir eigentlich auch. So. 1,85. Also perfekt für den Innenvertrag. Alter. Werde ich heute zugebombt mit irgendwie geilen Leuten? Geil. So. Auslaufende Spielerverträge. Ja. Ich weiß. Aber die sind gewusst. Wie oft denn noch? So. Äh. Gut. Wir müssen von hinten rein. Torhüter. Lempty. Lempty kriegt hier natürlich. Was er fordert. So. So. Außenverteidiger. Meriless. 1 gegen 2. Irgendjemand ist hier billiger geworden. Ach. Nöte. 2%. So. Äh. Außenverteidiger. Da war mal. Äh. Acevedo. Acevedo kriegt hier. Dat hier. Genauso wie Meriless. So. Innenverteidiger. Die müssen wir ja pushen. Vielleicht wird er ja bald noch 16. Das wäre ja echt geil. So. Nochmal so ein El Rondo. Ich glaube. Gibt fast nichts besseres. Für einen Verteidiger. So. Auf die Jar. Kriegt heute auch nochmal. Tempo Dribbling. Tempo Dribbling kriegt er. Alles simulieren. Gib es mir. Ja. Wieder kein F. Mann Leute. Ich bin voll stolz auf euch. Und in der Saisonpause steigt ja auch alle Munde auf. Also Respekt. Ohne Scheiß. So. Ich simuliere weiter. Eine Nachricht haben wir schon wieder. So. Ich kann schon wieder stoppen. Wahnsinn. Das nächste. Huch. Da wollte ich nicht hin. So. Aktuell ist er aus Spanien. Guck mal mal. Der begeistert mich irgendwie nicht. Oh. Oh. Die Werte. Oh. Geil. noch Pitten zu beobachten. Den will ich. Den will ich. Das weiß ich jetzt schon. Den Jungen will ich. Alter. Aggressivität. 91 bis 99. Abfangen. 90. 99. Oh. Der Wahnsinn. Der Junge. Dribbling ist zwar nicht so stark. Freistoßpräzision. Lange Pässe. Passt schon. Aber Kurzpässe ist dafür gut. Also. Hallo. Den Jungen will ich. Da wäre ich blöd. Wenn ich den nicht nehme. Alter. Noch ein. Also. Spanien weiß. Was gut ist. Spanien weiß echt. Was gut ist. Da hätte ich. Alter. Noch so einen Innenverteidiger. Wo kommen die denn. Von Madrid. Hallo. Komm mal. Beobachten bitte. Also. Leute. Wo kommen. Alter. Noch so einer. 22. Also. Da greife ich definitiv nicht ins Klo. Ihr müsst auch noch Stürmern hier suchen. Der Wahnsinn. Muss ich mal die Aufträge hier ändern. Gern. So. So. Transfers. Aufträge. Noch ein Vertrag. Nicht jede Position. Ich hätte gern noch einen. Stürmer hätte ich gern gesagt. Stürmer. Tribute. Tribute. Allrounder. Alter von. 18. Bis 25. 20. Ja. Würde ich mal so behaupten. Da sind noch keine Spieler gefunden. Das ist schon mal super. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ob ich bald auch ein paar Stürmer hier aus Spanien sehe. Scout ist unterwegs. Hä? Mitteilen. Dass er jetzt auf dem Weg. Im wenigen Tagen mit dem Scouten beginnen wird. Scouts versuchen zu spielen. Was ist denn jetzt los? Ach egal. Lass ich mal so im Raum stehen. So. Wie sieht es mit der Mannschaft aus? Geht eigentlich. So. Von wo weg? Abbrechen. Äh. Ja. Bänden. So. Ich muss von hinten. Äh. Von vorn rein. Ja. Ah. Nein. Nein. Äh. So. Ich muss von vorne rein. So. Goudess kriegt wieder ein Training. Er kriegt noch ein bisschen Übersicht hier. Ach komm. Mal so ein El Rondo. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. So. Maidat. Maidat kriegt was. Ausdauer braucht er eigentlich dringend. Kriegt er Durchsetzen. Durchsetzungsvermögen. Ist auf jeden Fall gut. Afnenu. Afnenu. Kriegt ein Tempo-Dribbling. So. Ach so. Ich bin noch bei Flügel. Achampon. Achampon will auch nochmal. Ausdauer wäre cool. Ach komm. Tempo-Dribbling. Immer her damit. So. Jetzt sind wir im Mittelfeld. Afdi Jaya. Kriegt auch nochmal was. Vor allem ein bisschen Ausdauer. Das Durchsetzen bringt eigentlich mehr Ausdauer als so ein Tempo-Dribbling. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. Oh. Ich höre ein F. Oh. Maidat. Oh. Das enttäuscht mich jetzt. Das war jetzt ein enttäuschendes Ergebnis. Aber naja. Solche gehören da halt auch mal dazu. So. Simulation schon wieder mal stoppen. Wir sind schon wieder soweit. So. Fünf Nachrichten. Wieder bin ich da drin. So. Aktuell ist auch Spanien. Mal gucken. Vielleicht ist jetzt ein Stürmer auch schon bei. Innenverteidiger. Der ist nicht so cool. Auch nicht. Jetzt dürfte es eigentlich bald mal Abschlussberichte hageln. Ui. Kann man mal angucken. Haben wir auch. Sind auch solide Werte. 18 Tage dauert das. Wird nicht beobachtet. Jo. 191. Hightower ist da. So. Abschlussbericht. Gucken wir mal. Eine 66. Ich setze ihn einfach mal auf die Wunschliste. Ist ja egal. So. Noch ein Abschlussbericht. Zu ihm hier. Einfach mal auf die Wunschliste setzen. Danach können wir ja immer noch selektieren. Robin Kaddi. Kaddi. Zeig mir was du drauf hast. Eine 60. Nope. Du kommst nicht mal auf die. Auf die Liste. Innenverteidiger. Achso. Der wird schon gescoutet. Wird, wird, wird. Er hier. Nope. Bitte nicht. 21. Nope. Da waren die Spanier echt besser. Muss man mit Fugunrecht so behaupten. Muss man mit Fugunrecht so behaupten. Oh nö. So noch war er hier. Auch nicht. Ist auch so keine Perle dazwischen gewesen. Gut. Dann sind wir im Büro mal wieder fertig. Dann können wir ja schon wieder trainieren. Also trainieren müssen wir jedes Mal mitnehmen. Weil wenn wir das einmal versäumen. Stehen wir auf jeden Fall blöde da. Das ist mal gar nichts. Meriless kriegt auch mal nochmal so ein Push. Ach komm. So ein El Rondo nochmal. Beide Außenverteidiger. Glaub ist nicht verkehrt. So. Nochmal ein El Rondo. Dann haben wir einen Innenverteidiger. Der kriegt auch ein El Rondo. Das ist so ein Allrounder-Ding. So ein El Rondo. So. Adrende kommt momentan zu kurz. Aber ich muss halt den ZDM pushen. So kommt ein El Rondo. Mann. Heute ist aber El Rondo lastig. Also jetzt haben wir vier Männer beisammen für ein El Rondo. Kein F. Das ist schon mal schön. Wir haben ein paar Aufstiege der einzelnen Werte. Joa. Passt. Gefällt mir auf jeden Fall gut. So. Ich simuliere weiter. Alter. Gescoutete Spieler. Joa. Komm. Auslaufende Spielerverträge. Ich weiß es. Assistenztrainer. Mensch. Spam mich nicht zu hier. So. Trainieren können wir auch schon wieder. Wir haben schon wieder sieben Nachrichten. Abschlussbericht. Ja so. Jetzt bin ich gespannt. So. Okay. Nope. Auf jeden Fall ein Nope. Der nächste auf der Liste. Ja hier. Auf jeden Fall solide. Als Innenverteidiger. 1,1 Millionen auch nur. Nach tausender Gehaltswunsch. Ja. Setze ich mal auf die Wunschliste. Kann man ja mal nicht nein sagen. Matthew Pennington. Pennington. Auch ein solider Spieler. Auch relativ billig. Auf die Wunschliste mit ihm. So. Noch ein Abschlussbericht. Mal gucken. Roger Regierer. Oder wie er heißt. 66. Gefällt mir nicht so gut. Für das Alter. So. Der Young. Der ist 20. Hat eine Gesamtwertung von 66. Also der hat Potenzial groß zu werden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich setze mal auf die Wunschliste. Also das können wir dann im Nachhinein immer noch gucken. Wer uns eventuell was bringen könnte. So. Wieder mal die neuen Spieler hier durchgucken. Die sind schon wieder zahlreich. Also England hat echt einige Leute zu bieten. Deswegen wird auch England nie abgegrast sein. Bitten zu beobachten. Ui. Nochmal bitten zu beobachten. Der ist 23 und hat echt geile Stats. Wo es halt drauf ankommt bei einem Innenverteidiger. Ja. Sieht gut aus. USA ist abgegrast. Okay. Wo schicke ich denn dich hin? Argentinien. Ich kann nicht mal Brasilien nehmen. Ich nehme mal Chile. So. Okay. Dann sind wir soweit schon mal. Und ich darf trainieren. Ich war von hinten rein. Deswegen muss ich heute von vorne wieder. Ei, ei, ei. Gudes. Gudes gibt mir ein Chancenerarbeitung. So. Maidat. 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 Hat auf jeden Fall einiges an Ballkontrolle. Kann aber ein bisschen Dribbling vertragen. Dribbling vertragen. Durchsetzen. Durchsetzen kriegt er. Flügelspieler. Die nächste. A Shampon. Ich gehe da immer so im Schnellverfahren die Dinger durch. Wo die Werte so nicht so gut sind. Auf die Jaya kriegt mal wieder was. Im Tempo Dribbling. So. Alle simulieren. Und ich höre kein F. Das ist schon mal gut. So. Ein paar Stats werden wieder verbessert. Supi. Supi. Das freut mich voll. So. Ich simuliere weiter. Ich habe schon wieder. So. Besprechungsbedingungen. Ah. Okay. Der Vorstand möchte sie davon in Kenntnis sitzen, dass ihre Position im Verein momentan in einer kritischen Prüfung unterzogen wird. Grund. Es ist Zeit für den abschließenden Leistungscheck der Saison. In den nächsten Tagen wird ein Meeting anberaumt. Wir informieren sie über die Resultate. So. Monatliches Scouting-Update. Das führe ich mir doch zu Gemüte. Okay. So innenverteidigermäßig hätte ich jemanden. Du wirst ja auch nur ein ZDM. Das ist immer ein bisschen schade. Die suchen mir zu viele Stürme einfach. Okay. Auch wenn gute Leute dabei sind. Nochmal ein Scout-Bericht. Nope. Das ist für einen Mittelfeldspieler. Ich sehe es kommen. Hier ist ein Verteidiger. Wird aber auch nicht Bombe. Der weiß auch noch nicht, wo er spielen will. Oder der weiß der Scout noch nicht, wo er spielen wird. Oh. Und dann die Werte dazu. Da gehst du ja ein. Freust du dich? Yes. Einer, der innenverteidigung spielen kann. Und dann schaust du das Potenzial an und könntest in den nächsten Eimer kotzen. Ohne Witz. Soweit nimmt mir nur die Ressourcen weg. So. Ich simuliere weiter. Bald dürfte Saisonübergabe sein. Jo. Dachte ich es mir. So. Ich hatte noch ein paar E-Mails. Aktuell ist er aus Spanien. Da gehen wir nochmal durch. Mensch. Der ist nix. Der ist auch nix. Nix. Nope. Er hier. Schon solide, aber nope. Ui. Schönes Ding, du. Ah. Wir müssen beobachten. Das ist schon mal auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Nope. Ich will hier schon die Bombe der Bomben finden. Achso, den hatte ich schon. Der wird ja auch noch gescoutet. Der braucht noch drei Tage. So. Sonst habe ich nix. So. Dann drücke ich auf Saison beenden. Ich mache hier, ja, eine Pause. Werd dann die nächste Folge schneiden. Oder da werden auch ein paar mehr Folgen draus geschnitten, was ich jetzt aufgenommen habe. Allein jetzt. Ähm. Ja. Ich drücke auf Saison beenden. Dann müsst ihr den Ladebalg nicht über euch ergehen lassen. Ihr seht mich dann morgen wieder. Und bis dahin. Ciao. So. Tschüss.